Ich habe praktisch dann diesen Kostenvoranschlag, den ich von meinem Zahnarzt bekommen habe, hierher geschickt und daraufhin habe ich dann eine E-Mail zurückbekommen und habe dann die Kosten gesehen, die ich hier bezahlen würde. Und das war eine enorme Einsparung und da habe ich doch gesagt, Mensch, ich glaube, das lohnt sich, das werde ich mal machen. Vielen Dank.